Wenn wir den Mundringmuskel stärken, bekommen unsere Lippen wieder mehr Volumen und die Lippenfältchen glätten sich. Gleichzeitig stärkt diese Übung die Kieferpartie und sorgt so für schönere Gesichtskonturen. Schiebe deine Lippen über die Zähne und presse sie fest an die Zähne. Lächle. Achte darauf, dass deine Wangen dabei wirklich nach oben gehen und nicht zur Seite. Lege nun einen Stift, einen Löffel oder deinen Finger der Länge nach zwischen die Lippen. Vergiss nicht weiterhin zu lächeln. Versuche jetzt den Stift mit deinen Händen hinauszuschieben. Deine Lippen halten ihn fest und anhand des Stiftes siehst du oder spürst du, ob deine Wangen sich nach oben bewegen oder seitlich. Achte darauf, dass die Wangen sich nach oben bewegen. Für mehr Tipps abonniere meinen Kanal.